Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die B&W ELT Planungsbüro GmbH ist ihr zuverlässiger und erfahrener Partner für Elektrotechnik nach den Leistungen der HOAI 1 bis 9. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf die Begutachtung, Planung und Berechnung von komplexen Elektroinstallationen. Mittels modernster BIM-Software können sämtliche Projekte bis ins kleinste Detail ausgearbeitet werden. Dieser Prozess hilft Architekten, Ingenieuren, Projektsteuerern sowie Bauunternehmen, Informationen und Werkzeuge für eine effiziente Arbeitsweise bereitzustellen. Ob stark oder schwach Strom, die motivierten Mitarbeiter stehen Ihnen bei der Planung der gesamten Elektrotechnik zur Seite und finden für jedes Vorhaben die ideale Lösung. Allergrößten Wert legt man dabei auf Flexibilität, Transparenz und besten Service. B&W ELT Planungsbüro – Verlässlichkeit und Kompetenz seit über 30 Jahren.